Das hier ist ein Ausschnitt aus dem neuen Asterix-Film Asterix im Land der Götter. Das bin ich. Das bin ich vor vielen, vielen Jahren. Und was das alles miteinander zu tun hat, erkläre ich euch am besten selbst. So, wir sind hier im Tonstudio der Scala Media in München und die liebe Kirsten hat mich eingeladen, und ich darf eine wichtige Rolle im neuen Asterix-Film Asterix im Land der Götter sprechen, nämlich einen... Quizfrage. Welchen dieser Charaktere werde ich wohl sprechen? Den Dicken? Den Deutschen? Oder doch den lispelnden Ibera, also Spanier? Hier die Auflösung. Hat ziemlich viel Spaß gemacht, das Ganze. Und wenn ihr wissen wollt, welchen Satz ich noch sagen durfte, Asterix im Land der Götter läuft ab 26. Februar in einem Kino auch in eurer Nase. Oh, das ist doch supi. Oh, jetzt wird mir die Suppe versalzen.